Und den ersten Kunden haben wir nicht selbst gefunden, sondern wir wurden vom Kunden gefunden. Eine große Browserspiele-Schmiede hat uns eingeladen und wir haben unser Projekt gepitcht und vorgestellt. Bei denen sind wir es dann nicht geworden, aber drei Häuser weiter ist es dann live gegangen. Und so sind wir dann dazu unserem ersten Kunden und Partner gekommen.